Oh Gott, eine Höhle. Park. Hä? Welcome to Park... Okay. Aha, die Safari-Zone. Muss ich irgendwas erreichen hier? Oh, cool. Na gut. Hier ist nichts. Midorino, nein. Ach, mach ich sie hier. Hier geht's noch lang. Okay, da geht's um ein neues Gebiet. Was ist das? Area 3. Fulkanos, okay. Stardust, das kann man verticken. Oh, Alter. Ja, noch ein Trade-Zone, ich glaub's ja nicht. Ah, so ist auch Gengar machbar. Nice. Ich muss mich angucken hier. Ist ein Scherz. Nein, fucking Rossana. Nicht Geld einfach weg. Okay, ich glaub hier halten wir uns jetzt eine Weile auf. Mit euch kann ich eh nichts anfangen. Was will ich hier? Oh, Item. Meins. Ja, komm. Oh, TM48. Was haben wir denn da? Rockslide! Uuuuua. Natürlich kann er lernen, hätte mich auch gewundert. Aber schön, dass man das GTM hier findet. Oh, noch ein Item. Full Restore. Ja. Noch ein Fulkanos, yay. Bälle werfen. Eier! Bälle werfen. Jetzt reicht's mehr. Böses Vulkanos. Reinhard jetzt. Oh.. Okay, nächstes Gebiet. Oh wey. Aber wir schmeißen einfach mal was. Yay. Äh. Nö. Geht nicht ins Team. Braucht auch keinen Spitzennamen. Elektrik? Also wenn ihr das gerade sehen könnt, dann hab ich die Augen weit aufgelassen. Wie krass ist das denn? Da gibt's Elektriks. 70 Schritte. Ich muss wahrscheinlich sowieso noch mal neu rein. Was heißt vielleicht? Area 2. Noch ein Rihorn. Cool. Sowieso habe ich mit Sicherheit nicht ansatzweise alles gesehen, was hier rum kreucht. Daaa. Aber ich hab nicht mehr viele Schritte. Ich schmeiß einfach was los ist. Hahaha. Similurino. Brauch ich auch nicht. Nö. Bezöne nicht. Ist nix wert. Deine Tipps brauchen. Hallo. Hoekwass. Das erste Flasch. Was ist das hier? Na, Tränenhaus. Ah ok, da komm ich wieder vom Anfang zurück. Aha, ok. Rein. Klar, rein hier. Los. Weiter geht's. Das Elektrik hat mich schon... ...schon angelächelt. Gibt's denn da unten rein? Gibt's da noch ein Item? Wir können ja mal immer gucken. Da geh wahrscheinlich nochmal hier rein. Weil du mit Sicherheit auch beim zweiten Mal durchlaufen und nicht alles findest. Jetzt reicht's. Stein auf den Stein werfen. Ja, ja. Stein auf den Stein werfen. Ja, ja. Hier, friss mal was. Oh, echt was war eigentlich. Ach, Aua. Ach, guck. Man will das Magma. Cool. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Nee, hab ich doch schon. Ich wette, hier gibt's auch wirklich so ein Item, womit man seine Popes weiterentwickeln kann. Also nicht nur so ein Trade Stone, den wir jetzt schon gefunden haben. Sondern auch so was... Der Rosana, ey. Auch so was richtig cooles wie... Ja, diesen Stromisierer oder Magnaisierer, womit man seinen Magna-Electic weiterentwickeln kann. Denn ich weiß, das weiß ich noch... Ups, hier lang. Genau, hier lang und dann nach oben. Ich weiß, dass es hier auch... Dass Regi beim Durchspielen hatte, der ein Elevoltec am Ende. Ah nein, was mach ich denn? Und ich würde ja wohl gerne einen Magbrand haben. Man kann auch einen Rehorn hier mal haben, das weiß ich auch. Aber dafür müsste man einen Rehorn mal catchen. Scheiß Viech. Ah, jetzt sind wir wieder hier. War ich da noch nicht? War ich da unten? Da geht's nicht weiter. Kommen wir uns mal hier oben um. Okay, dann mal surfen. Nice. Okay, du kriegst einen Spitznamen. Du heißt Tonne. Tonne. Ja. Oh, ein Item. Das ist ein Magtag. Komm, den würde ich auch wohl gerne haben. Bei dir würde ich mir sogar überlegen, das hier ins Team zu nehmen. TM10. Double Edge. Jo. Jetzt wird mal eine Surfer hier gebraucht. Das ist aber auch spannend. Vielleicht gibt's hier noch irgendwo was Geheimes. Das sieht nicht so geheim aus hier. Was ist das? Okay, dann wird ein Haus. Metal Code. Oh, und das ist für sich, Loa. Was man Scherox machen kann. Jetzt hier lang. Hier ist nix mehr. Da kam ich schon mal von hier. Bin mir halt nicht mehr sicher. Da, von hier kam ich schon. Ich glaub wir haben alles. Haben wir das oder haben wir noch was vergessen? Uh, Fukano. Du kriegst einen Spitznamen. Anlehnung. Natürlich. Wie kann man sein Fukano sonst nennen? Außer Regi. So. Kommt zwar nicht mit ins Team. Aber wir haben ein Regi. Okay, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Aber ich würde ja super gerne einen Electek haben, ne? Aber... Man soll auch nicht zu viel wollen. Weil allein, dass ich jetzt ein Metal Code gefunden habe, ist eigentlich schon so ne Sache, dass ich äh... Metallmantel... Wer braucht noch Metallmantel zum entwickeln? Wie war das noch? Sichlor für Scherox? Und... Wer braucht denn noch einen? Onyx für Stadus? War das so? Boah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Scheiße. Na, okay. Wir gehen nicht weiter. Äh... War das Onyx? Also Sichlor ist klar. War das Onyx? Wir haben doch Onyx wohl schon gesehen. Oh, blablablabla. Wo war denn Onyx hier? Onyx... Ah, ist es doch. Area. Ach gucke, der Höhle da... Wahrscheinlich sind es auch Onyxer. Sehr schön. Wir gehen doch gleich mal gucken. Was auch immer dort hier ist. Hä? Hä? Ich bin jetzt gelandet. Wofür... Acht! Wo bin ich hier? Das verwirrt mich gerade extremst. Was ist denn das hier? Das Game spinnt gerade. Ähm... Wo bin ich denn nun? Hallo? In irgendeinem Untergrundlabor? Das macht hier gar keinen Sinn gerade. Und ich habe noch im Kopf, dass ich die Arena da bei Normen besiegen muss. Oder wie der heißt. Aber gerade... Der ist... Okay. Hier gibt es anscheinend kein Onyx. Das heißt, ich kann in Ruhe mal... Mal mal so ein paar Big Perls... Nein. Dich betätige ich nicht. Erst wissen, was das damit auf sich hat. Hä? Kann ich auch gar nicht betätigen. Hä? Who owns that area? That's very confusing. What? Bin ich jetzt gelandet? Hey, have you seen a special amulet? I need it. May it to me for a big reward. Special Amulet? Ein Amulet? Aha. Ein Amulet. Da kriegt man anscheinend Stärke her. Aber... Das ist also random hier. Was ist da links? Da muss ich mit Surfer weiter. Aha. Und hier komme ich auch nicht weiter. Okay, dann muss... Dann muss im Park irgendwo... ...irgendwo was sein. Jetzt möchte ich auch mal ganz kurz gucken. Onyx. Area. Da auch in den Städten da rechts. Okay. Jetzt will ich ein bisschen hier. Kastro Valley. Moragatown. Wo ist denn hier bitte ein Onyx? Was ist denn hier eine Höhle? Oder wo beziehungsweise was denn noch? Ich bin hier auch ganz woanders. Da links. Ist auch noch eins. Da Moragatown. So. Da links. Moment mal. Da geht's doch gar nicht mehr nach links. Ah, wir kommen aber durch eine Höhle nach Moragatown. Wie war das? Bin ich durch eine Höhle gekommen hierhin? Bingo. Komm, hier gibt's jetzt bitte Onyx. Ich will das jetzt wissen. Komm, put 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 put. Onyx, komm. Ich habe nicht gesagt put 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 Abra. Ich glaube ich mache jetzt aber auch gleich einen Cut. Aber beende die Aufnahme-Session. Ich würde aber noch gerne einen Onyx haben. Weil ich diesen Metal Code habe. Wenn ich den nämlich habe, dann... Ich glaube ich würde ich einen Stahl ausmachen. Oh mein Gott. Okay, das dauert mir zu lange und ist doof. Ich glaube dann leg ich Metal Code einfach ab. Und wenn ich meinen Onyx durch Zufall sehe, dann fange ich das. Ja komm. Das dauert zu lange Leute. Wir können jetzt nicht einfach nach einem Onyx suchen. Wie doof. Tragosso. Hm. Okay. Nö, nö. Nur gut zu gewinnen. Eins noch. Ein Entern. Okay. Gut, das war's. Alles klar. Dann würde ich sagen... Fliegen wir jetzt erstmal nach... Igulu City. Und müssen wahrscheinlich in diesem Nationalpark dahinten tatsächlich noch dieses Amulett suchen. Äh. Aber da gibt es auch eine Stelle, wo ich noch nicht war. Na super. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Woher... Lege ich noch was ab? No one's PC. Bitter Deposit. Ähm. Ja, den Metal Code. Dragonscale können wir auch ablegen. Und Full Restore auf jeden Fall. Und Tim 48 Steinhagel auch. Joe... Kathy Master Psycho. Ups. Psycho. 29. Ist schon nicht schlecht. Und der lernt ja auch von selbst bei Psychokinesen und so'n Kramer. Das ist schon nicht verkehrt. So, im Park gehen wir noch einmal rein. Ja, einmal gehen wir noch in den Park. Einmal gehen wir noch in den Park. Und einen Durchgang machen wir noch. Vielleicht finden wir hier auch gleich das Amulett. Wenn nicht... Ja, wer sucht, der findet, ne. Was? Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, hab ich auch schon. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Da würde ich mich wundern, wenn man mit den Leuten hier reden muss, damit man dieses Amulett kriegt. Weil das brauchen wir jetzt. Jetzt ist es soweit. Uh, Leck-Tag. Jetzt ist es soweit, dass wir sagen, jetzt ist das Amulett wichtig, weil wir brauchen Stärke. Ohne Stärke kommen wir in der Route da hinten nicht weiter. Da können wir die Steine nicht verschieben. Was geht es denn hier oben lang? Oben waren wir aber auch schon, oder? Ich glaube, da ganz oben haben wir auch schon. Ich werde auch so schlecht einschätzen gerade. Einfach mal hingehen. Ich werde auch mal in das Haus rein. Ist ja gut. You know, into a Leafeon. Your friends, you turn into a Glaceon. What the fuck? A hole was dug somewhere in the park. But by who? Or what? Was, ein Loch wurde hier gegraben? Kann man gar nicht lesen. Okay, irgendwo ist ein Loch gegraben worden. Irgendwo im Park ist ein Loch gegraben worden. Da muss ja irgendwie auffallen. Es muss eine auffällige Stelle sein. Ah, guck an. Was? Was ist denn das hier? Der Secret Cave 2? Was? Hä? Was ist los, Mann? Alter, wie viel Schaden machst du bitte? Ist klar. Der hat mich gewone-shottet. Warum ist das nicht sehr effektiv? Ach, du bist so kacke, ne? Ist doch scheiße. Was soll das denn? Alter Schwede. Weißt du, dieses Barrage, das ist doch... Was soll denn Staccato sein? Oder ist Staccato auch noch Sound oder irgendwie so ein Quatsch? Also Koko war jetzt kein Pflanzentyp mehr. Toll, vielen Dank auch. Oh, ist das witzend, ey. Der ist echt kein Pflanzentyp mehr. Was soll das? Warum? Warum? Kloyster, ja, bitte Joe. Danke. Arcanine, ach, das ist super, ey. Akani ist rechte Pfote, voll zerrissen. Ach komm, warum? Oh, manchmal... Der garantiert nicht. Okay, Super Potion. Sack. Katie ist jetzt down. Naja. Hup. Oh, shit. Oh, ein wildes Onix. Na, das ist doch mal schön zu sehen. Verdammt. Tod. Einfach geschreddert. Hä? Okay, da muss ich Stärke haben? Hä? Hier muss ich schon Stärke haben? Was ist denn das für ein Quatsch? Aber ich habe keine Stärke. Ich dachte, hier kriege ich das. Ich bin nicht ganz durcheinander. Warum sind die alle so stark? Okay, ich bin wahrscheinlich hier zu früh. Aber wenn ich hier zu früh bin... Oh mein Gott, ey. Wo kriege ich dieses Amulett her? Magnezone ist klar auf einmal, ey. Wo kriege ich bitte schön... Wo kriege ich bitte schön... Psycho switcht mal bitte und Word geht nach vorne. Die M47. Explosion. Ja, super toll. Also ich bin hier deutlich zu früh, glaube ich. Ja, der Stein da rechts wird sich wohl bewegen. Wenn ich... Wenn ich da mit Stärke arbeite. Aber ich habe die Stärke ja noch gar nicht. Nope. Noch hier. Scheiße. Falschen Störter gewählt. Falschen Störter wo wo ist denn... Falschen Störter? Oh, Tentacruel. Weißt du was? Das geht mir so über nerven. Vegan hier? Tatsächlich... krass. Kleine Steine. Okay, geht gar nichts mehr. Ich probiere tatsächlich... diesen ähm... Tatsächlich Stärke hier. Ja, sonst kann ich nichts machen. Mist! Also heißt das, dass mir das hier überhaupt nichts bringt? Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen sehr schade. Ich könnte mir einen Kleinstein fangen, das ein Level entwickeln zu Georock werden zu lassen und dann Geowatz machen. Was hat das für einen Sinn? Ups. Oh, warte mal. So, warte mal. Dann machen wir das jetzt auch noch eben. Komm, Onyx. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Dankeschön. Nein, kein Spitznamen. Ähm, Psycho-Momotik. Ich kann dich über das Teleport. Okay, hier kann ich später wieder hin mit Stärke. Wenn ich dieses Amulett habe. Hm. Was ich nicht besitze. So, mach schnell hier. Tschüss. Bing, bong. Ah, wo gibt's denn dieses Amulett denn bitte? Der Typ hat das verloren. Aber... Ich hab das noch nirgendwo gesehen. Wo hab ich das hier im PC? Mönster und Scheiße. Ah, 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 ah. Metal Code, Drain... Nein, hab ich nicht. Dammit. Ich fahre bei dem U noch weg. So, komm mal mit Unix. Mal gucken, ob das funktioniert. Metal Code? Tatsächlich. Ich mach mir direkt einen Stahdoss. Geil. Ein Stahdoss. Boah, 101 schon. Speed? 168? Was sind denn das für Werte? Guck mal, was ist das denn für ein Bug? Was ist das denn für ein Bug? Moment, Moment. Oh nein, raus. So, mal gucken, ist das immer noch so? Ja. Was ist denn das? Vollverpackt. Okay. Deposit. Stelex, dankeschön. Aber ja, okay, folgendwo noch. Okay, da muss ich ja aufpassen, wenn ich hier bei Psycho die Entwicklung mache, dass sich da nichts ändert. Safen. Ja, dann würde ich sagen, ich mach mich mal schlau, wo wir das Item herkriegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Das wird noch interessant. Ciao. Tschau ... ... Bis zum nächsten Mal.